Herzlich willkommen, meine Lieben, zur Season 4 von Diablo 4. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, seit dem heutigen Tag 19 Uhr abends können wir endlich die Season 4 von Diablo 4 spielen. Denn Blizzard hat ja im Vorfeld über die Campfires und auch über den PTR, ich selber habe auf dem PTR allerdings nicht gespielt, ich wollte mich überraschen lassen, der Totenbeschwörer wurde endlich zum Totenbeschwörer gemacht. Es ist unfassbar, wir mussten fast ein Jahr warten, wer es kennt, wer die Season 1, 2 und 3 gespielt hat, wird wie auch ich ein Lied davon singen können, dass unser Totenbeschwörer nicht unbedingt zu den stärksten Klassen gehörte. Mit der Season 4 haben wir die stärkste Klasse vom Spiel. Endlich, das heißt, wir können uns voller Freude endlich in die ganze Mechanik und vor allem auch in die neue Mechanik von Diablo 4 reinfuchsen. Wir haben etliche Änderungen, Gott sei Dank zu verzeichnen. Blizzard hatte es als solches über die Campfires, über die Patchnotes, über diverse andere Kanäle ja schon bereits uns gesagt, dass das Skillsystem komplett überarbeitet wurde, dass von diesen, ja, von diesen unfassbar vielen Affixen, die wir seit Release von Diablo 4 kennen, lieben und auch irgendwo hassen gelernt haben, sind alle rausgeschmissen worden. Wir haben jetzt aktuell Items, die deutlich bessere Affixe haben, gleich jetzt auch schon zu Beginn. Und die Anzahl der Affixe wurde auf 2 bis 3 reduziert. Wir haben außerdem, ähm, der Kodex der Macht gliedert sich etwas anders. Ähm, und zwar haben wir neben dem Kodex der Macht, wenn ich ihn jetzt auch finde, haben wir einerseits die Aspekte, die er als solches ja kennt. Ich war der Meinung, ähm, zumindest hatte ich das mal gelesen, dass wenn wir jetzt einen Aspekt finden, den wir noch nicht haben, dann wird der ganz klar, wird im Kodex der Macht abgelegt. Und ich war der Meinung, dass wenn man den gleichen Aspekt jetzt wiederfindet, dann, äh, haben wir sozusagen von den Aspekten der Macht, äh, können wir die sozusagen im Level erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, ob Blizzard das jetzt wieder rausgeschmissen hat. Aktuell, so sieht Kodex der Macht aus. Äh, ist ein bisschen anders strukturiert, allerdings die, äh, ja, Rubriken sind als solches gleich geblieben. Wir haben hier allerdings jetzt einen neuen Reiter bekommen, die Härtungsrezepte. Es geht ja wohl darum, ähm, aber wir werden es sicherlich noch genauer dann kennenlernen, wenn wir in den entsprechenden Level-Bereich bekommen, wo dann dieses Feature für uns auch freigeschaltet wird, dass wir bestimmte Items erhärten können. Also wir können, ähm, ich weiß nicht, ob es so ist wie in Last Epoch, wo wir in diese Crafting-Mechanik auch wirklich Einfluss nehmen können. Ähm, bin sehr gespannt, wie, wie dies, äh, wie wir es hier in Diablo 4 erleben, äh, inwieweit wir einen Affix beispielsweise noch stärker spezifizieren können, noch stärker machen können und ihn auch später nach der Härtung, können wir ihn noch auch veredeln, dann können wir ihn noch mal stärker machen. Also wie sich das genau hier gestaltet, wie gesagt, meine Lieben, das weiß ich nicht. Ich hab auf dem PTR nicht gespielt. Ich geh also ganz frisch in diese neue Spiele-Mechanik von Diablo 4 rein. Und ich freu mich sehr, äh, es ist ein frischer Wind, es ist definitiv, ähm, der richtige Schritt von Blizzard in die richtige Richtung. Endlich! Wir mussten elf Monate drauf warten. Das muss man sich mal geben. Last Epoch hat's mit dem Final Release hinbekommen. Na, Diablo 4 elf Monate später. Ja gut, so ganz stimmt's auch nicht, aber auf jeden Fall, ähm, sind wir hier, glaub ich, auf dem richtigen Weg. Ansonsten, ähm, das ist, glaub ich, alles gleich geblieben. Wir haben natürlich wieder einen saisonalen, ähm, Inhalt. Wir bekommen eine Quest-Reihe, ähm, ja, so wie es auch bei den anderen, äh, Seasons war, dass wir eben über unseren Fortschritt uns immer wieder neue Sachen auch freischalten können. Ich hab mir jetzt allerdings hier auch wieder den Premium-Pass gekauft. Ähm, ja, ich steh halt einfach auch so auf so ein bisschen optische Veränderungen. Ähm, wir haben aktuell einen Build am Start, den ich von der Max-Roll-Seite mir, äh, geholt habe. Allerdings ist das schon der Endgame-Build, weil ich als solches doch, äh, sehr fit mit dem Totenbeschwörer mittlerweile bin. Es ist jetzt der vierte Totenbeschwörer von der vierten Season, dass wir hier auf jeden Fall erst mal sofort auf den, auf den Endgame-Build gehen. Und ich die Punkte jetzt schon mal so verteilt habe, wie sie zu verteilen sind. Das zeige ich euch gleich. Gameplay gibt's natürlich auch noch. Ihr seht, ich bin momentan Level 10. Ich hab mir gedacht, alle 10 Level, äh, hau ich ein Video raus, wo ihr dann, äh, meinen aktuellen Build, oder sofern ich ihn irgendwie verändern oder selbst modifizieren sollte, ähm, wo ich euch den, äh, das Video zeige, dass ihr genau auf dem aktuellsten Stand gehalten werdet. Natürlich auch, was uns, unser Buch der Toten anbelangt und auch, was wir für Ausrüstungsgegenstände tragen. Ähm, vom Skill-System seht ihr, dass wir aktuell wieder mit dem Knochen-Gefängnis spielen. Ich bin jetzt aber noch so ein bisschen an der, ähm, ja, am Herrn Gehörn, Herantast-Phase, sage ich's mal. Ich bin jetzt so, Last Epoch geschädigt durch die letzten Monate, dass ich, äh, an Steuerung hier mich erst mal wieder ein bisschen reinfinden muss. Aber ich denke, das geht mir recht schnell in Fleisch und Blut über. Wir spielen mit Altern, natürlich wieder aufgrund der, des Debuffs, den der Gegner bekommt, dass er eben, äh, eine, eine Verlangsamung erleidet. Wir spielen natürlich mit Pest, weil wir ja wissen, dass, äh, unsere Diener, ähm, in Reichweite der Pest, äh, nochmal 20% mehr Schaden machen und aktuell eben nur mit dem, ähm, mit dem Skill Skelett erwecken und für den Nahkampf mit Blutige Ernte. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich über das Buch der Toten mir die Skelettkrieger und das Skelettkrieger, die Verteidiger ausgewählt habe, haben mit der ersten Option hier, eure Skelettverteidiger verspotten Gegner alle 6 Sekunden. Finde ich sehr hilfreich, zumal wir jetzt am Anfang, ähm, ja, auch noch nicht so gut ausgerüstet sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir, ähm, nicht so schnell sterben werden oder möglicherweise gar nicht. Ist mir aufgefallen, dass die, ähm, einen gehörigen Abstand zu unserem Spieler, schaut euch das mal an, also selbst wenn wir, wenn wir die hier so zusammenziehen und dann stehen bleiben, dann decken die richtig gut ab, ne, und spotten auch noch. Also finde ich interessant, lasse ich jetzt auf jeden Fall auch erstmal so. Ähm, von der Ausrüstung her, ähm, die Sachen sind alle bei mir getroppt, es fällt sofort auf, wenn man über die Items geht, ähm, wie viel unglaubliche Intelligenz wir hier drauf bekommen. Also das ist ja brutal, ja. Das, äh, erinnere ich so nicht. 14 Intelligenz, 16 Intelligenz, also, also wirklich, wirklich gut. Ich muss gerade mal gucken, wie schauen denn unsere Werte auch. 164 mit Level 10. Das ist, äh, okay. Finde ich, finde ich sehr gut. Ähm, meine Lieben, was ganz wichtig ist, was ich an der Hand der Patch Notes kurz überflogen habe, ich habe sie mir nicht im Detail alle durchgelesen, ich lasse mich da nach und nach vom Spiel überraschen, dass wir, ähm, unsere Obolusse, solltet ihr euch auf jeden Fall aufbewahren, wenn ihr welche bekommen solltet. Geht nicht zum Gambler, holt euch auf keinen Fall neue Items, sondern sammelt diese Obolusse bis zum Erbrechen, ich glaube. Ja, beziehungsweise, hier, wir sehen es hier schon. Wir können maximal zweieinhalb... Mein Gott, ich kann... Braucht Ruhe hier. Braucht Ruhe. Sonst geht das nicht. Äh, wir haben, äh, unsere, unsere, maximale Obergrenze von den Obolussen, habt ihr gesehen, wurde auf zweieinhalb Tausend erhöht. Und wenn wir am Schluss, wenn wir 100 sind, zum Gambler gehen, um dort die Obolusse gegen, äh, Items einzutauschen, dann haben wir immer 9,25er Items. Ja, also ganz, ganz wichtig, Obolusse nicht ausgeben, bevor ihr 100 seid, spart sie euch und, äh, sichert euch dann wirklich sehr gute Ausrüstung mit Level 100. Ähm, 9,25er Items, wohlgemerkt. So, okay. Wie gesagt, die Sache sind, ist ziemlich random. Wir gehen natürlich hier ganz klar auf Intelligenz. Jetzt erst mal, ähm, und natürlich eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Ich werde es definitiv lassen, dass ich mit Einhand und dem Fokus wieder spiele. Alles andere wird sich jetzt im Laufe des Spiels zeigen, wie wir, welche Ausrüstung wir bekommen, bis wir uns da wieder komplett reingefuchst haben. Buch der Toten, wie gesagt, ist klar. Skillbaum sieht wie folgt aus, dass ihr, äh, hier in die blutige Ernte mit einem Punkt geht und nur mit einem Punkt in die verbesserte blutige Ernte. Kommt dann runter zu den Kernfertigkeiten, geht auf jeden Fall mit einem Punkt in die Pest. Das reicht euch, geht in die verbesserte Pest. Wie gesagt, hier sieht man, ähm, das verunreinigte Gebiet verlangsamt Gegner um 25%, oh, sogar um 25%, ich meine, am Anfang waren es 20%, bin mir nicht sicher. Und hier über die übernatürliche Pest fügen wir, ähm, und unsere Diener fügen Gegnern in Reichweite von Pest 20% mehr Schaden zu. Dann geht ihr mit drei Punkten in das geschundene Fleisch. Glückstreffer, eure Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 12% an der Position des Ziels, eine Leiche zu erschaffen. Glückstreffer, denke ich mal, nach wie vor ein absolutes Muss in diesem Bild, dass wir unsere Glückstreffer-Chance möglichst hochhalten. Dann kommt ihr in die Leichenfertigkeiten. Nein, wir spielen nicht mit der Leichenexplosion, wir verabschieden uns davon komplett. Wir gehen natürlich mit drei Punkten in die Beherrschung von Skelettkriegern rein. Erhöht Schaden und Leben eurer Skelettkrieger um 45%. Ihr geht da mit einem Punkt in das Knochengefängnis und das Knochengefängnis, glaube ich, wurde modifiziert, weil wir nämlich jetzt neben dem verbesserten Knochengefängnis, welches Gegner, die sich innerhalb des Knochengefängnis aufhalten, acht Sekunden lang verwundbar werden, wir also dann natürlich deutlich höheren Schaden machen, wenn sie acht Sekunden lang verwundbar sind. Und ich glaube, dass das neu ist. Das kenne ich so noch nicht. furchterregendes Knochengefängnis, reduziert eure aktiven Abklingzeiten für jeden von Knochengefängnis gefangenen Gegner um 0,5 Sekunden bis maximal drei Sekunden. Das ist ja brutal. Wenn ihr euch da vorstellt, wir haben da sechs, sieben Gegner in einem Knochengefängnis drin, das ist ja apatig. Also das ist, glaube ich, richtig, richtig gut. Wir kriegen später auf jeden Fall noch Armee der Toten, so weit sind wir aber noch nicht und wir kriegen natürlich auch noch die Skelett Magier, ganz klar, und wir kriegen den Golem noch. Müssen wir mal gucken. Dann geht ihr mit einem Punkt in die grausige Ernte, der Verbrauch einer Leiche erzeugt zwei Essenz und geht mit drei Punkten in den kraftbringenden Tod. Ihr verursacht nach dem Verbrauch einer Leiche sechs Sekunden lang neun Prozent mehr Schaden. Ihr kommt dann runter zu den Fluchfertigkeiten, hier ganz klar gehen wir natürlich auf Altern und weiter Punkte habe ich noch nicht setzen können. Ich meine, wir gehen wahrscheinlich auf das verbesserte Altern und ich glaube, wir gehen dann auch auf ja, wir gehen hundertprozentig auf das abscheuliche Altern. So hat sich das meistens gestaltet mit diesem Fluch, dass hier auch nochmal aktive Abklingzeiten oder dass wir hier auch nochmal eine 15% hohe Chance haben, dass unsere Abklingzeiten um eine Sekunde reduziert werden. So, mehr habe ich aktuell noch nicht. Wir werden alle zehn Level werde ich ein Video hochladen, wo ihr dann einfach den weiteren Progress verfolgen könnt und ich würde sagen, wir werden jetzt gleich mal uns in die Höllenflut stürzen, um mal zu gucken, wie sich das so spielt. Auf jeden Fall merkt man deutlich, dass diese Höllenfluten deutlich mehr Gegner haben und ihr habt es vielleicht schon gesehen, jetzt zeigt es gerade nicht an, wenn eine, es ist auch gerade keine Höllenflut aktiv, es gibt ein neues Symbol bei einer Höllenflut, das ist eine gelbe Flamme und ich meine gelesen zu haben, dass wir den Schwierigkeitsgrad in einer Höllenflut höchstwahrscheinlich, wenn wir auf Weltstufe 3 und Weltstufe 4 spielen, wir spielen jetzt aktuell auf Weltstufe 2, dass wir hier eine zusätzliche Mechanik haben, einerseits natürlich viele Gegner in einer Höllenflut eben zu besiegen und dann füllt sich ein Streifen, der wird dann hier oben angezeigt, wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht noch mal eine Höllenflut erleben, da seht ihr dann ein Pentagramm-Symbol und dieses Symbol füllt sich sozusagen langsam mit Blut und wenn das sozusagen aufgefüllt ist, können wir glaube ich einen größeren Gegner beschwören, der natürlich auch wieder besonderen Loot uns dann verspricht beziehungsweise wir besonders schönen, guten Loot dann uns dort abholen können, wenn wir ihn besiegt haben. So meine Lieben, zurück, es gibt aktuell eine Höllenflut, wir gucken es uns direkt an und zwar hier unten und da seht ihr jetzt, das sind diese neuen Symbole mit diesem Flammen-Symbol und ihr werdet jetzt sehen, wenn wir hier nach in die Ruinen mal gehen, dann kann ich euch das nochmal zeigen mit dem, wir haben ja einerseits die ähm diese einen Splitter, diese Höllenflutsplitter und das hier ist dieser Streifen, seht ihr das Pentagramm, mal gucken, wie sich unsere Krieger schlagen, auf jeden Fall können wir jetzt auch innerhalb einer Stadt reiten, das wurde Gott sei Dank auch endlich geändert, dass wir da auch toller galoppieren können, woa von der outside Auf geht's! Ich muss mich erst wieder reinfuchsen. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Essenz. Ich bin noch nicht bereit. 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 Oh, Herdpunktsanleitung. Was sehen wir denn da? Wunderbar. Gleich mal neuer Inhalt. Schauen wir uns gleich an. Verschlossen. Ach, das waren immer diese... Genau, wir haben jetzt Herzen. Wir sammeln Herzen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie die Mechanik, die wir auch in der Season 2, meine ich, hatten. Wo wir dann eben größere Bosse beschwören können. Ah, okay. Das sind sozusagen die Unhaltsherzen. Hier oben habt ihr wieder die Glut, wo ihr dann entsprechend die Kisten looten könnt, die euch ja auf der Karte angezeigt werden. Das werden wir jetzt nicht machen. Aber was mich natürlich schon interessieren würde, was passiert, wenn wir diesen Streifen voll machen. Ich brauche mehr Zeit. Da werden wir hier nochmal ein bisschen weitermachen. Ich bin noch nicht bereit. Was ist das? Brauche mehr Zeit. Na ja, seht ihr, können wir deutlich schneller beschwören. Okay, jetzt haben wir einen neuen Typ bekommen. Wir werden aber erstmal auf den Verteidigern reiten, aufgrund des Spottes. Ich bin noch nicht dabei. Ich bin noch nicht dabei. Ich brauche mehr Zeit. Wie brauche so, wir brauchen ein Herz. Okay. Alter, das ist ja Hammer gemacht hier. Der Wurm. Jun lässt grüßen. So, wir gehen mal ein bisschen woanders hin. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ein bisschen mehr gucken. Ich brauche mich etwas an. Lo 없고. Und ancestabeln. Gute ich mit. W late! Wir sind unten. Gute. Geige. Oh, wasser. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. So, jetzt ist es fast voll. Oh mein, was wir da hinten noch haben. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. So, jetzt ist aber hier. Ich brauche mehr Zeit. Oh, das ist einer. Oh, was ist denn hier los? Leck du mir. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Geht's noch? Ich brauche mehr Zeit. Ho, 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 ho. Das kann ich auch. Ich bin noch nicht bereit. Lauf! Herrschaft. Nein. Weiß man gar nicht, wo lang. Ich werd nicht ver�ert. Oh, was ist das .. Der Kann ich. Dann gehen wir. Wir müssen da. Älim tent sind. Ja. Wow, hey, das geht ja ganz schön ab. Was ist das? Verdammnis, Verkünderin. Oh nein, oh nein. Oh doch. Okay. Also, wenn ihr das Siegel, das Pentagramm komplett füllt, erscheint automatisch ein stärkerer Boss, der dann in der Regel wahrscheinlich auch auf höheren Levels deutlich besseren Loot abkippt. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Wo ist... Ah, hier. Sehr gut. Okay. Hallo. So. Alright, so. Dann habt ihr hier die Sude der Amboss. Der Hölzerne Wolf. Die Dämonen sind unerbittlich, aber fürs Erste haben wir ihre Reihen durchbrochen. Gut. Ihr seid den Wölfen ein wahrer Freund. Ich danke euch für eure Arbeit. Und nun, nun muss ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Es sind Eisenwölfe verschwunden. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht warum, aber ich werde es nicht zulassen. Wir haben zwei unserer Besten entsandt, um eine Karawane zu beschützen. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Findet die Karawane. Findet unsere vermissten Wölfe, Sean und Isat. Und wenn ihr einen Hinweis darauf entdeckt, was hinter dem Verschwinden steckt, berichtet mir davon. Ja, das tun wir. Zeigt mir, wie ich mich gegen die Hölle geschlagen habe. So, was haben wir denn Schönes? Wir sind immer noch auf Rang 1, aber wir haben uns die Belohnung der Stufe 1 verdient. Eine von den Eisenwölfen ausgewählte Waffe zur Eindämmung der Höllenflut. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt da bekommen haben. Eine Zweieransendel. Okay. Wow, die sieht ja mal cool aus. Der Primärangriff von Knochensperr macht alle weiteren betroffenen Gegner nach den ersten 3 Sekunden lang verwundbar. Okay, aber wir spielen nicht mit Knochensperr. Was haben wir denn hier? Ach, das ist diese Härtungsanleitung. Genau. Affixe können auf Ringe und Amulette angewendet werden. Blutkugeln stellen 5 bis 6 Essenz wieder her. Das Wirken von Makabern-Fertigkeiten stellt 15 bis 21 Primärressource wieder her. Okay, das heben wir uns mal auf. Bis es soweit ist. Okay. Alright, meine Lieben. So, Skelettenmagier werden aus auf 15. Wir sind 13. Das macht nichts. Die Punkte als solches. Könnte man sich natürlich mal angucken. Wie wir diese setzen müssen. Also, wir gehen weiter. Altern müssen wir natürlich voll machen. Also, diesmal auf jeden Fall voll machen. Ja, und wir gehen dahin, habe ich mir schon gedacht. Also, wir gehen auf verbessertes Altern. Und auf abscheuliches Altern. Aufgrund der Abklingzeitreduktion um eine Sekunde. Und machen dann auf jeden Fall Altern voll. Geht's denn jetzt weiterhin? Beherrschung von Skelett-Magiern. Gut, das könnten wir an und für sich auch schon mal leveln. Allerdings sehe ich gerade. Umarmung des Todes müssen wir skillen. Also, nächsten Punkte sind auf jeden Fall das hier voll machen. Ähm, verstärkter Schaden ist wieder drin. Auch voll machen. Und Death Approach. Annäherung des Todes. Und den auch voll machen. Okay, also. Die nächsten Punkte werden hier wie folgt gesetzt. Wir machen... Wir lassen hier erstmal den einen Punkt drin. Dann gehen wir mit drei Punkten in die Umarmung des Todes. Gehen mit drei Punkten in den verstärkten Schaden. Dann haben wir auf jeden Fall die Skelett-Magier. Beherrschung von Skelett-Magiern. Und gehen hier noch mit drei Punkten in die Annäherung des Todes. Ja, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Ich schaue jetzt, dass ich die 20 erreiche. Und dann sehen wir uns wieder, meine Lieben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, die Folge. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß in der Season 4 von Diablo 4. Eurem Totenbeschwörer. Und haut rein. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.